Sie hören, die Ibiza-Affäre. Innenansichten eines Skandals. Wie wir die geheimen Pläne von Rechtspopulisten enttarnten und darüber die österreichische Regierung stürzte. Von Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Oliver Erwin Schönfeld. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Ein Glossar, speziell für nicht-österreichische Hörerinnen und Hörer, finden Sie im letzten Track des Hörbuches. Wow, we're going to Ibiza. Wow, back to the island. Wow, we're gonna have a party. Wow, in the Mediterranean Sea. Wenger Boys, 1999 Vorwort Nur ein Streifschuss Von Armin Wolf Als Journalist mit einiger Erfahrung weiß man, dass es Affären, Enthüllungen und Entgleisungen gibt, die ein Politiker nicht überleben kann. Nehmen wir etwa an, wenige Wochen vor einer Wahl würde ein unbestritten authentisches Tonband eines Präsidentschaftskandidaten auftauchen, auf dem er über wildfremde Frauen sagt, wenn du ein Star bist, lassen sie dich alles tun. Greif ihnen an die Muschi. Du kannst alles tun. Man wüsste, der Mann kann seinen Wahlkampf noch am selben Tag beenden. Fortsetzung sinnlos, ein politisches Begräbnis erster Klasse. The End. Hieße der Mann nicht Donald Trump. Der wurde sechs Wochen nach seinem berüchtigten Grab-them-by-the-Pussy-Tape zum US-Präsidenten gewählt. Als am 17. Mai 2019 um 18 Uhr das mittlerweile weltberühmte Ibiza-Video featuring Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zeitgleich auf den Websites der Süddeutschen Zeitung und der Spiegel veröffentlicht wurde, war ebenfalls klar, der Vizekanzler der Republik Österreich und der Fraktionschef seiner Partei sind politisch erledigt. Hier bleibt nur der sofortige Rücktritt. Und keine 24 Stunden später waren sie tatsächlich von allen Ämtern zurückgetreten. Doch neun Tage nach Ibiza-Gate erreicht die FPÖ bei den Europawahlen 17,2 Prozent. Mit 45.000 persönlichen Vorzugsstimmen hat Ex-Parteischiff Strache Anspruch auf einen Sitz im EU-Parlament. Und schon wird ernsthaft darüber diskutiert, ob er nicht bei den Wiener Landtagswahlen 2020 wieder als Spitzenkandidat für die Freiheitlichen antreten könnte. Das hätte Charme, kommentiert der FPÖ-Generalsekretär das absurde Szenario. Aus den sieben bislang zunächst bekannt gewordenen Minuten jenes Videos, das 2017 in einer Mietvilla auf Ibiza entstanden ist, und aus seinen Folgen kann man sehr viel über Heinz-Christian Strache lernen, über populistische Politik und über Österreich. Was man da lernt, ist allerdings nur dann überraschend, wenn man die FPÖ, ihren langjährigen Frontmann und sein Heimatland nicht besonders gut kennt. Dass Straches Ehefrau und enge Weggefährten beteuern, der Strache im Video, das ist nicht der Mann, den wir kennen, hat wohl wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Realistischer war da schon Strache selbst in seiner Rücktrittserklärung. Es war ein typisch alkoholbedingtes Mazzogahabe, mit dem ich, ja, auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert. Tatsächlich ist Straches gesamte politische Karriere, neben Fleiß, Eloquenz und feinem Gespür für sein Publikum, geprägt von einer tiefen Sehnsucht, akzeptiert zu werden und dazuzugehören, vom Hang zu bemerkenswert unreifen Fehlleistungen und einem bedenklich unterentwickelten Urteilsvermögen. Strache ist gleichzeitig extrem misstrauisch bis hin zur Verschwörungsfantasie und absurd vertrauensselig auch Menschen gegenüber, die er kaum kennt. Wann immer in seiner Karriere etwas schief lief, fand er dafür Erklärungen, die jedenfalls nichts mit ihm und eigenen Fehlleistungen zu tun hatten. Er war das Opfer der links-linken Jagdgesellschaft von unfairen Angriffen, Unterstellungen und Missverständnissen, allenfalls noch von Fehlern seiner Mitarbeiter. Auf Ibiza war es eine geheimdienstlich organisierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, ein gezieltes politisches Attentat. Und das auch noch unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung in einer intimen Atmosphäre. An jenem Freitagabend, an dem das Video online ging, verweigerte der FPÖ-Chef vorerst auch den Rücktritt, so erzählen es jedenfalls prominente ÖVP-Politiker, die in diesen Stunden... ... ...